Liebe Slimer, willkommen zurück zu einer weiteren und neuen und frischen und wartet mal, äh, die wollen ausbrechen. So, wir entfernen mal ein paar Stück und springen da rein, ey Schweine, bleibt unten am Boden, ey. Ich glaube, da sind einfach zu viele drin. Wenn zu viele drin sind, stapeln die sich und wollen dann flüchten. Das ist das Problem, das dürft ihr nicht vergessen. So, wir haben noch einmal Honeyplot. Ein bisschen Kohle, aber nicht viel. So, guck mal hier. Das sieht doch schon mal prächtig aus. Prächtig sieht das aus, Leute. So, das wächst noch über fast eine Stunde. Das haben wir jetzt mal in Ruhe. So, hier müsste auch mal ein bisschen was gewachsen sein. Nein. Wir brauchen sehr, sehr viel Gemüse, Leute. Also, unfassbar viel Gemüse brauchen wir. Komm, wir machen erst mal hier rein. Gucken wir mal kurz nach, äh, anderen Gemüse. Nach diesem, äh, Beetzeug. Guck mal da, wir können vielleicht da rüberfliegen. Ich versuch's mal. Nein, 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 nein. Warte, 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 warte. Puh, Alter. Gerade noch rechtzeitig gesehen, dass ich gar nicht, äh, 250 voll habe, ey. Das wäre ja fast schiefgelaufen, ey. So. Jetzt aber mit Anlauf. So, und. Ja, das würden wir doch wohl schaffen, oder? Werden wir doch wohl schaffen, oder? Oh. Oh, das wird knapp, Leute. Oh, Jürgen, da wird das knapp, ey. Scheiße. Da hinten weiß ich auf jeden Fall, dass es da auf jeden Fall diese Weggie gibt. Da werden wir als nächstes rüberfliegen, außer es gibt hier irgendwas. Ne, hier gibt's nur diese Früchte. Okay, dann fliegen wir da rüber. Das ist nämlich da oben. Da, genau, da sind sie schon, ey. Hä? Wo sind die denn hingeflogen? Ist ja hingefallen. Hard. Beat. Nicht wie der Beat hier von der Musik, sondern, äh, ja. Nein, ich wollte dich doch gar nicht mitnehmen, Fräulein. Au. Au, au, au. Au. So, Heartbeat haben wir, Karott. Und, ähm, die wollte ich anpflanzen, ja, ja. Pass auf. Oh, das ist noch nicht fertig hier. Also, wenn man immer da reinkommt, wo die ganzen Slimes sind und... Boah, dann hab ich immer das Gefühl, das ganze Spiel lag wie die Hölle, ey. So. Guck mal hier, ey. Hier ist alles fertig, ey. So. Ich hab immer noch keine 50 Karotten, ey. Oh, 50 Karotten, 50 mal, keine Ahnung, und nochmal 50 mal von jeder Sorte am besten irgendwas. Was, wie sieht's hier aus? Ah, ein paar. Siehen aus wie Kartoffeln, ey. Sollen wir bestimmt irgendwas anderes darstellen, ey. Komm schon, komm schon. Mal los. Heute noch. Okay, der Rest, wie lange wächst das noch? Über eine Stunde. Und hier ist es auch noch schön am wachsen. Naja, lassen wir mal wachsen. Hey, was war das denn? Ach, das sind die Pilze. So. Boah, irgendwie ein bisschen Licht, ey. Wieso ist da nicht mal eine Lichtquelle, ey? Total nervig, ey. Guck mal, die stapeln sich immer, die Schweine, ey. Oh, 100 Stück sind hier noch drin. What the fuck? Was war denn da drin die ganze Zeit? Da war ja schon, da waren schon anscheinend so viele Sorten drin. Dass das so krass durcheinander gekommen ist. Wow. So. Du auch noch. So, wir werden die nochmal, hier diese Oka-Oka, ein bisschen anpflanzen. So ein Hardbeat. Oder sollen wir hier komplett Gemüse machen? Ich weiß es gerade gar nicht. Guck mal, hier haben wir nämlich Karotten angepflanzt. Das will ich nicht. Dann werden wir auch dieses Oka-Irgendwas anpflanzen. Und hier werden wir die rausholen. Komm schon. Komm schon, Fleisch zu züchten ist sehr schwer, ey. Das will ich keinem zumuten. Die bringen auch nicht wirklich viel. Deswegen werden wir uns leider hier von denen verabschieden. Tut mir leid, Freunde. Ups, wo bin ich denn her? Ach, ich bin aus Versehen auf den Teleporter draufgegangen. Ey, tut mir wirklich leid, Freunde. Wirklich. Ich mein's ernst. Wirklich. Ohne Spaß jetzt. So. Karotten. Das eine Zeug. Und dann können wir hier eigentlich... Guck mal. Wir können hier dann noch dieses Beet machen. Dann haben wir hier komplett Futter angepflanzt. Hier ist nämlich alles voller Futter. Und dann können wir das Silo hier voll machen. Was machen die Hühner denn da unten? So. Und dann... Guck mal hier. Karotten haben wir... Das sind immer noch keine fertige. Mann. Hier ist eine. Vielleicht finden wir ja ein paar Karotten auf dem Weg. Werden wir auch sicher finden. Hei, hei, hei. Das ist jetzt... Das ist jetzt echt aufwendig, ey. Da muss man viel hin und her laufen. Wenn wir keinen direkten Teleporter dorthin haben. Hier ist auch nix. Hier waren was... Früchte, aber die sind... Egal. Die sind wirklich egal. Wir brauchen was anderes. Na. Lasst mich hier durch. Lasst mich durch. Lasst mich durch. Na. Bin mal gespannt, ob wir jetzt einen zum Platzen bringen. Oder dass das wieder so ein komischer Mutant ist. Wir haben auf jeden Fall weit über 50 dann. Und das müsste normalerweise fett reichen. Und wir fliegen mal hier rüber. Wo war das denn? Ach nee. Nimmst du jetzt mal auf den Berg da hochkommen? Wow, wow, wow. Chillt mal euer Leben. Chillt mal euer Leben. Ach komm. Wir können auch hierher. Können wir dir vielleicht den zuerst abklopfen? Der ist nämlich direkt hier vorne. So. Rock Gardo. Bin ich mal gespannt, ey. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ist aber nicht so aus, ob der voll wird. Wahnsinn, was der verdrückt, ey. Nein. Die hat nicht gereicht. Schade. Wow. Über 50 war das. Insgesamt halt. Shit. Licht machen. Nee, das ist heftig. Das ist brutal, Leute. Richtig brutal. Wenn wir schon mal hier sind, können wir ja ein paar radioaktive Slimes mitnehmen. Aber an sich müssen wir trotzdem nochmal weg, ey. Meine Güte. So, die hab ich. Kommst auch mit. Du. Und ihr drei auch. Und du hier auch. So, wir haben's glaube ich jetzt erstmal. Da ist sogar noch einer. Haha. Haha. Slimer. Ruhig. So, na, komm schon. Rockslime brauchen wir nicht. Den können wir schön getrost vergessen. Wasserslime sind hier. Da sind welche. So, 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 so. Sind hier welche. Sind irgendwie sehr, sehr langsam hier am gedeihen, die Wasserslimes. Da brauchen wir echt ewig, bis hier mal irgendwie, bis da was passiert, ey. Ups, hier müssen wir drüber. So, da sind noch ein paar radioaktive. Sehr gut. Und da sind auch nochmal ein paar. Ja, ja, ja. Sehr gut. Da, da, da. Radioaktive. Ich bin gespannt. Wow. So. Was denn? Nein, nein, nein. Hört auf, die zu fressen. Hört auf, die zu fressen, Leute. Alles meine. Meine Güte. Lasst die doch mal in Frieden, ey. Wir sind hier voll verstrahlt gleich, wenn es so weiter geht. Komm schon. 35 Stück haben wir schon. Aber 33 verstrahlt. Haha. Wow. 50 Stück will ich auf jeden Fall mitnehmen. Versuchen jedenfalls. Ohne jetzt zu sterben hier. Du kommst mit. Und du. Und du. Und du und du und du und du. Da, 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 da. Komm schon. So, jetzt haben wir 50. Gott sei Dank. Danke. So, Rock Slimes. Ich glaube, die essen auch, ähm. Pink Slimes können wir uns sorgen. Ich glaube, die sind auch Vegetarier. Voll die Vegetarier-Farm, ey. Aber mega, ey. Unglaublich, ey. So, jetzt müssen wir uns mal dorthin zurück. Wow. Okay, 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 okay. So. Den gehen wir aus dem Weg. Nichts Besonderes an Hühnern. Okay, können wir hier rein. Ich glaube, hier ist doch der fette andere, ne? Oder? Ah, nee, das war der Weg hier. Genau. Mann, ich blick schon manchmal echt gar nicht mehr durch, ey. Wo wir her können. Das ist so unfassbar viel, wo man da herlaufen kann. Hier können wir auf jeden Fall unten links da durchgehen, ne? So, na. Ach, hier oben war das. Ach, verdammt. Komm schon. So, hoch da, Mann. Hätten wir nicht irgendwie einen kürzeren Weg nehmen können? Irgendwo durch den Teleporter? Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Wenn wir zurückkommen, ist auf jeden Fall ordentlich viel gewachsen. Und dann können wir schon mal nochmal da hinlaufen. Leider laufen. Leider. Direkten Weg, mich zu teleportieren, habe ich noch nicht gefunden. Aber. Naja. Ist egal. Nicht so schlimm. Laufen halt ein bisschen. Vertreten wir uns die Beine. Bleiben immer schön sportlich. Immer schön gesund. Müssen wir es mal so sehen, ne? So, wir haben jetzt Rock Slimes noch. Und Paddelslimes haben wir nur zwei Stücke. Papalapapai. Zwei Stück noch. Wow. Wow. Warte mal. So. So, 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 so. So, 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 so. Die nächste Ernte kriegen wir auf jeden Fall wer anders. So, 40 Stück. Wahnsinn, ne? Ich glaube nämlich, die habe ich ein bisschen mehr gefüttert in letzter Zeit. Deswegen kriegen die erstmal nichts zu essen. Die werden erstmal ein bisschen... ...hungern müssen. So, 50 radioaktive Scheiß-Slimes, ey. Wow. Ich hoffe, das Spiel fängt nicht an zu lecken, ey. Oder es gibt so eine Mega-Strahlung wie bei Chernobyl, ey. Wow. Guckt euch das mal an, ey. Scheiße. Heftig. Scheiße. Mein System kann gerade voll ab, ey. Shit. Was geht da ab? Shit. Ist noch nichts gewachsen. Müssen wir halt nochmal ein bisschen warten. Das System ist gerade von mir voll am Abkacken, ey. Scheiße. Fuck. Ich muss es beenden, ey. Ich muss mir etwas anderes überlegen. Scheiße. Ne, wirklich. Bis zum nächsten Mal bei Slime Rancher.